Und ich renne immer noch herum. Oh. Während ich hier so rumrenne... Oh, warte mal. Ich lade mal kurz Q drücken, damit der läuft. Ähm, Q drücken, damit der läuft. Q drücken, damit der... Du sollst schlaufen. Geh doch. Ah. Du, Planiker, gibt mir das gewisse etwas. Eine Spur. D-Dimt, 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 d-Dimt. m die händler nö renntier haben wir keinen bock also noch nörgst du m m jetzt ist es schon wieder mal nicht spannend es ist nicht so schön aber im übernach aber immerhin bin ich ja noch da du kannst sinnlos zu texten und ihr müsst es euch antun und er kriegt mich einfach weg das ist ja auch wieder mal eine möglichkeit n der schimmelche meine spur finden würde oder ein elch der mich überrennt auch noch schön wenn dann platt gewalt und an den hufen noch klebs und schmitte dich um einen baum ab und am nächsten moos wir haben weibchen scheiße ja ich bin das habe ich mal mit der nummer drei ja da bin ich so ein das war voll die drei wenn es ist nur ein ich könnte das immer ein paar mehr sein das war der halswirbel wieder mal und wir sind ja und wir sind das dritte tier alter ist schon jetzt rennen die anderen tier weg das habe ich gerade gehört das aber normal dafür haben wir hier ein tierchen also hunter made nein das sieht so traurig aus dass die öhrchen so anlegt wir haben sogar den rücken bauen ja kein score ich weiß treffer 50,6 meter in die wirbelsäule vorn 366,5 kilogramm gewicht geschlecht weiblich und kein score wir machen trotzdem wieder man bild und zwar jetzt von hier so natürlich nicht ach da ist er noch das ein schussloch zu sehen das ist aber auch neu traurig aus jetzt hat es aufgehört zu piepen hat er derzeit der hand damit jetzt die 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 ich hatte sie nämlich verarschen was ich raten nach vorne ist kein tier 7 und so komischer busch wieder ja das wieder busch busch er wird direkt seinem busch so wenn ich doch nur wüsste wo die ja net hundertprozentig flüchtend so in動fe dort box wir laufen durch den wald und werden mächtig anhось weil wir keine tiere finden dabei haben wir schon drei erlegt nämlich nicht diese aussicht da ist ein spuren hinterher also die verfolgungsabwehr ist ja das schönste für mich auch noch was neues da ist das bürg und das bürg sagt mir dass ich da hier ist eine freie fläche da werden wir gleich mal erkunden wir können kein erchen deck wir werden der spur weiter folgen hier im hohen gras da macht es spaß boah ist hier hat nur noch gras aber keine elche weit und breit keine elke die 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 bäume auch schon gelitten hier schon bei seiner alten autos hier im wald reinschmeißen wie beim letzten wie bei der letzten aufnahme da das ist das ach nee shit wir gehen wir trotzdem weiter hier lang wir laufen immer weiter immer weiter immer heiter soo mal gucken mal gucken könnte besser aussehen die aussicht die zwei die 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 wir latschen wir zurück zu unserer spur aufstehend und nicht so rennen die spur ist weg ganz ganz toll wenn die spur weg ist das nicht so toll dann müssen jetzt wieder irgendwo her latschen weil den hirsch will ich dann nicht alle den den renntierler des reden da auch das mit dem redingsbums da ist eine spur und da werden wir auch mal hingehen und mit echter aus schwehen vor wie ich zum gucken wir doch mal das hier an ja ich möchte das können flirten wo flüchtest du nur hin ja es ist schon nicht einfach das leben als sieger dass das aber kam es ja in den druck ich mit dem Mikro gegen die Schulter gekommen ich habe schwer auch nichts also nix zu labern und habe ich auch